eine kamera so groß wie ein daumen die form des minions es ist so süß nachdem sie diese kamera bekommen haben ich kann nicht anders kann als kleidungsstück verwendet werden um ihre vorstellungskraft zu nutzen es können verschiedene perspektiven fotografiert werden es ist insta 360 go 2 minions version es ist wunderschön kaufen sie einen für ihren freund dieses große auge ist so süß weil es so klein ist dass es überall platziert werden kann mini und leicht es gibt viele funktionen zeitraffer fotografie zeitlupe die magnetische halskette im zubehör ist sehr praktisch es ist auch möglich es auf den hut zu klemmen es macht wirklich spaß ich muss sagen jetzt beginnen auch die kameras zu konkurrieren niedlich offenbart sich auch industrie design sowohl als fernbedienung wieder ein stativ der ladespeicher kann für zwei stunden verlängert werden unterstützt super anti shake und vier meter wasserdicht vor jan wert und talent wie kannst du diese kamera nicht mögen in der tat langsam entdeckt jeder schießt gerne die bücher die du gelesen hast die menschen die du geliebt hast das meer das hand in hand geht sie können es mit einer lieblingskamera aufnehmen wenn du den ganzen weg verpasst hast sie werden feststellen dass diese momente in ihrem herzen geschätzt werden ja das ja 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 Vielen Dank.